Gleich geht es los. Ich habe schon mal so ein paar Sachen vorbereitet. Ich werde heute definitiv diese Handschuhe nehmen. Es war mir nämlich letztens viel zu kalt. Ich glaube, mit diesen dicken Dingern kann auf jeden Fall nichts mehr schief gehen. Eine Ewigkeit später. Gerade wieder rein. Junge, jetzt sind die aber Dinger am frieren hier. Okay, es geht heute auf jeden Fall höchstwahrscheinlich nach Dringenberg zu der Burg. Ich bin mal gespannt. Ich fahre gemeinsam mit Daniel, mit seiner Intruder. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Es ist auf jeden Fall 8 Wald. Boah, nee. Jedes macht Schiss, Alter, dass die meinen Auspuff irgendwie zu laut empfinden. Das ist dann wahr. Naja. Ach, ich denke auch, Alter, wenn man jetzt vielleicht auch immer über die Polizei so ein bisschen schimpft und so weiter. Im Endeffekt gibt es auch noch jeden Job. Und bis dato bin ich jetzt noch nicht so richtig hart abgefuckt worden von denen. Von daher, dann passt das auch. Und im Endeffekt wäre ich ja selbst schuld. Wenn man alles vorlegen kann, dann muss man sich ja eh keine Gedanken machen. Aber naja, ganz ehrlich, wenn du halt echt wie eine besenkte Sau in so ein Dorf reinfährst, dann bist du auch selbst schuld. Also, da kann ich auch die Anwohner verstehen, die da halt absolut keinen Bock drauf haben. Also gerade irgendwie an Wochenenden oder an irgendwelchen Hauptverkehrsstraßen, wenn da irgendwie 10.000 Mopeds am Wochenende vorbeiballern. Ja, sorry, Alter. Da hätte ich auch keinen Bock drauf. Manchmal gelingt mir das auch nicht. Gebe ich auch zu. Vielleicht noch eine Sache dazu. Ich habe mir fest vorgenommen, mir keine Ratschläge zu geben. Das mache ich nicht. Das machen schon genug Leute. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der Daniel denn schon da ist. Junge, ist das kalt, ey. Boah. Ich habe jetzt extra die angezogen. Ging gar nichts. So, wir haben uns jetzt für die, für den Ringenberg entschieden. Da waren wir beide noch nicht. Dann sollte das doch passen. Ey, was denn hier? Save the shoppers. Yo. Ein paar Sekunden später. Ist hier heute ein großer Kontrolltag oder was? Ja, vielleicht müssen wir echt mal so ein Review machen. Von Daniel Centruder. Das ist nämlich so ein richtig schönes Teil. Da habe ich total geil umgebaut. Das sieht ganz schön fair, der so aus. Das sieht ganz schön fair, der so aus. Das sieht eigentlich. Das sieht ganz schön aus.